hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von gunfire reborn haben jetzt in der letzten folge haben eine post gepackt mal gucken ob man das wiederholen könne ich denke wir müssen jetzt wieder von ganz vorne anfangen oder ja gut der gute michael und dann lassen wir nämlich stunden unterstütze dabei wir werden den ersten raum nicht schaffen jetzt kommen wir gar nicht mehr zum boss erlaufen nur noch rückwärts was für eine waffe kriege ich auf eine auswählen mit normal auf blitz stern verzehrer oder blitzschlag schlag ich möchte anmerken ich habe bis jetzt noch keine einzige waffe bekommen mit irgendwelchen in signieren ich auch nicht da wurde ja auch zum teilen ich habe captain floh der eilmann anstieg also ich weiß nicht irgendwie seit mir jetzt ein gewisses level erreicht hat ist angenehmer geworden wenn man ja bloß wer ist so könnt ihr machen dass die mal weg gehen sie sind ähnlich ich wollte es kann was ich habe ja noch nicht gesehen hat ein besser vor der neise hier ist nun hier und ja hier wie ich ihn auch auf feuer schaden ach ja das ist ja wieder mal weißt du ich habe liebt flitz waffen und was kriege ich feuer schaden macht mehr schaden nicht machen ja ich habe der handschuh weißt du der macht nur blitz du lebst noch noch eine jetzt haben wir es gepackt menschen und titel zeit draus was das für eine eklige kacke völlig passen lucky shot der mensch bei meiner die bürgermeister und make a luck shot möchtest jemand haben ich biete es euch an ich fühle mich jetzt gleich dass ihr mein geschenk nicht an nehmt kann man das du hast jetzt verlor kannst du meine dinge schaden aber weg bekommen was hat leben will ich anmerken und doch mehr wie sie sie naja ich will mich ein paar überwiesen challenge wenn wir jemand nur meine eine lieblingswaffe bitte poppen oh ja was aber schon freigeschaltet ja ja freigeschaltet habe ich so ich komme mit der auch richtig gut klar irgendwie haben wir hier kaufen waffenhändler selten im schießen besteht eine schwarze von 20 prozent das zu sehen die zu uns mal jetzt in gedanken werde gerade einmal angerufen muss auf das telefon gehen ja macht das um so langsatz war das ist alles hier ein bisschen geht geht im geht um mir geht hab nur zwei waffen es gibt mir 5 kommen hier diese gute frage Sieht nicht so aus. Mal gucken, ob das funktioniert. Das interessiere. Hey! Funktioniert. Easy. Bäm! Weit. Fahr da. Ey, das ist auch doch ein bisschen zu weit. Weit desto rüber, also wer über den Raum geht. Ja. Ja. Na, ist zu weit. Ah, knapp. Das wird vielleicht funktionieren. Und könnte funktionieren. Äh. Doch, geht. Geht. Funktioniert. Ja. Ja. Du musst... Richtig lange. Also erst ganz, ganz spät. Ja, leider, gell? Nö. 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 Du musst... Warte mal. Aber ich hab's... Ich hab's gepackt von hier. Äh. Äh. Es drauf zu kommen. Weißt du, was ich mein? Ja, ja. So. Warte mal. Vielleicht... So ist... Man kann schon weit springen, finde ich. Hat's nicht weit springen können. Ja, hat funktioniert. Und mit dem nächsten Raum schon mal versuche. Na komm. Wahrscheinlich wird's sowieso sein, dass Lasse vielleicht auch muss. Könnte passieren. Deswegen. Könnte passieren. Und so ein Milz kriegen wir Punkte und lassen nicht. Hehehehe. Dafür, dass er gecheatet hat. Ja, ohne Cheater. Irgendwo ohne uns spielen. Ja. Ohne uns. Oh. Ganz gefährlich. Alter, was ist denn das für eine Runde? Oh, ich hab keine Munition mehr. Ich hab so interessanterweise sogar voll viel mitgezogen. Wow, hier liegt meine Waffe. Schatztruhe. Verwendung. Verursacht Schaden. Der Gießfähre verfügt über eine weitere Ladung. Sowieso warte. Jo. Nassel. Komm zurück zu uns. Dö. 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 Naja gut. Drück. Und loslassen. Der Feuertaste. Irgendwie der Schiss aus. Also hier hab ich schon wieder Granatwerfer. Ah. Äh? Ist da nicht irgendwas munitiontechnisch? Braue Munition? Toll? Nein! Hm? Wir könnten doch eigentlich schon aufs Portal klüge, dann kommt das doch mit rüber, oder? Müsste eigentlich, ja. Wir wünschen, dass ich ein bisschen weitermache und, äh... Ah, da müssen wir aufpassen, dass das nicht stirbt. Hm. Das kriegen wir hin. Ah, vielleicht kommt ja einstensiv wieder. Ja, das kann auch so. Der Handschuh? Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht wirklich so überzeugt oder begeistert. Und? Händler? 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 Ihr macht jetzt Angst, dass wir keine Gegner sind. Gut, lebe. Oh, wow. Geh! Zufälle Gewerfe erhalten. Verliere... 35%... ... sagen wir, Leben verlieren. Ersetze will die Jagd. Alle Inschriften. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nee. Wir müssen auf die Brücke kommen, wenn wir auf die Brücke aufpassen. Au. Wir dürfen nicht zu normalerweise... Ah, ich... Wir müssen aufpassen wegen Granaten und lasse und so. Aber das geht trotzdem. Ganz schön! Komm, ich geh mal vor und hol mir den. Dritte Monster wieder, pass auf. Ich gehe wieder zurück. Ja, bin schon dabei. Oh, jetzt wenns ein bisschen mehr. Na klar, wenns mehr! links gerade sekunde mal ich glaube deine waffe ist endlich gut mit dem mit den mit dem portal ist mal auskommt zu mir und schießt mal mit dem links dadurch ist müsste er doch auch mehr schaden machen eigentlich geht wo 20 33 ich bin so gut wie tot ich habe keine munition mehr für die eine waffe mit lasse einfach keinen der mensch kriegt zu glück ist es die letzte rede und das müsste die letzte gegner sein ja da oben stehen noch zwei ich habe einfach nur ein hp wer selber da war die munition mit der handschuh ich weiß nicht das kunai werde ich jetzt aber austauschen wenn das kunai will stoffstecker nimmer gibt es dann die energiesphäre verursacht 200 menschen hier noch zum händler dahin heilung ist gut mit mir heilung one more time ich kann meine sphärenwaffe kaufen und alles für die dackel alles doppelte schneide bei jedem feind den du tötest erhältst du plus einzugewähen schaden und halte kenne ich mir die waffe oder was die das war eine magische rolle wir kennen das gab es bei mir nicht und keine kaufen war auch nicht so teuer muss ich sagen was wir erwartet ist das ja ich kann man mich ja das was hier gibt also wir haben hier in kunai wofür die interessant sein könnte erst mal ganz kurz kommen erst mal ganz kurz kommen hier ist eine truhe was bringt mir die gut gemacht dankeschön hilfe es ist so es auf dem alarm aber ich habe wieder und meine waffen gekriegt ja ja ich habe scheiß waffen wie gesagt und liegt ein paar rum ich kippte auch gerne der handschuh wenn du willst weil dann würde ich nämlich kunai mitnehmen oder was anderes wirst du ich finde handschuh kacke ja dann kannst du mir sonst keine droppen also nimm ich denn sonst ja warte 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 noch nicht bin ich fertig beeiligt lassen die zeit läuft nein ich hallo macht jetzt den timer weg okay zack 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 ich glaube nicht du hast aber noch viel zeit 19 sekunden und ich war noch nicht vom händler alles fuhr geht noch kreis zack zehn sekunden noch okay wir können weiter aber ist das pass halt oder was dann haben wir vor ein total wir haben auch soweit gespielt damit extra kreis längst in mir bekommst das ist der raum vom boss weit ja aber da kommen wir nichts dazu das ist nicht viel verpasst als domo tru waren am ex ab bleiben bestehe und da geht ruhe mehr waren oder sonst irgendwie mix haben wir auch soweit gemacht dass wir zu den ersten gibt doch endlich was longbomb man das so die schulner heroes never die unten sind noch hausherz heroes heroes never die die zahl ich mit aus die zersammelstelle zumindest mal challenge exited nein hier oben irgendwas hier oben mit mit alles klar die durchschnittliche waves aus das wäre eine zweite in einem becher ist wenn es dumm läuft kann das passieren okay wir hatten aber bis jetzt noch kapital gefunden noch schafft oder das ist ja jetzt noch eine versuchte gerade in der ecke festzuhalten klar doppelhorst mann bei mir hier ist noch eine waffe getraubt problem muss jetzt zugesteht ich habe gerade den den armen links der geballert hat er nicht so viel 500 im magazin das ist nicht das sehr angenehm es ist aber korrekt was der iron man handschuhe ist hat es hat es nicht werde es nicht schnell er muss nicht hier in der liga und dann gibt es den bock und ich hier noch kannst jeder mona kräfte was das für eine scheiße eine schöne scheiße verwendung rohgranaten energie höchler das sagst positiv ist eine schöne scheiße scheiße jetzt schön aussieht also meine ich dass ich die gut bin ich habe absolut nicht die waffen für einen boss weit ich auch nicht ich auch absolut nicht ja geil krieg von unten auf live pick up copper munition kommst du jetzt an damit kommst du ja meine waffen doch wer kann zu klingen wir geben unser bestes damit hat sie sagt ja genau so sieht es aus vielleicht schaffen wir den auch die letzte runde hat immer auch beschissene war von hande gepackt lustigerweise aber in der letzten runde hatten ja auch sehr viele boys ja das stimmt aber ich mache 400 damit nach 36 der koffer sind 76 aber meine waffen ist gleich leer wir können und ich habe von schießt einfach weiter auf ihn drauf ja deswegen hat das ja deswegen hatte der wird scheinbar in der letzten runde keinen schild kämpft davon mich ja ich muss dass die bomber loswerden aber ich kann nicht kämpfen der tue ist auch mir zu kommen reich ich tue mich sonst wieder bei den menschen hallo schon ganz andere zeit aber der ist zweit er ist gerade verwirrt werden können wir da waren dabei Zwei. Uh, er schockt ab. Oh, healing. Ja, healing ist das nicht angenehm. Raaufschießen? Einfach draufschießen? Alter, warum haben wir das vorher nie gemacht, ey? was muss ich auch nicht außer mir drauf das habe ich dir schon eben gedacht der ist auf mich besucht und sohne ich bin gleich da stehe leise chantal ich mache ihn bis zu 1000 damit kann ich ihn machen und dann einfach auf hinschießen aber ich habe kein money mehr ob jetzt noch money wenn ich wüsste denn der säule stellt wenn er sachen schmeißen alle sachen gegen die säule ja gegen die säule er ist auf mich ja ich hole ihn aber der fähig davor ah nein wasser ich dachte schon warum werde ich jetzt geheilt stehe ich noch das ist richtig gut für uns jetzt auf mich ja ist über das ding gesprungen wir haben es gleich geschafft leute nein oder bin ich eigentlich nicht gut aber der ist auf mich die hole ja 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 okay um ich wieder belebe besser kann jetzt aber nicht ohne dahin ich auch nicht jetzt komme ich dran ich bin tot vor sich vor sich vor sich zu spät nein oder ganz knapp alle tod oder er kann damit wieder bliebe 23.000 passiert irgendwas bin natürlich schaffen müssten hätten wir haben wir aber nicht er hätte verdammt das regnet kann ich ein bisschen auf und dann war man okay dann bedanke ich mich bei allen beteiligt in dem sinne und sagt dann schon mal tschüss tschüss